Musik Ich wollte mich einfach mal informieren, was man nach der Ausbildung noch weitermachen kann. Ich bin im Moment noch in der Findungsphase bezüglich dem Studiengang und möchte halt von allen Seiten Infos erlangen. Ich bin heute hier, weil ich mich einfach mal informieren möchte, welche Weiterbildungsmöglichkeiten ich denn habe. Ich fand den Tag heute super gut, war schön, es gab reges Interesse. Ich denke, es ist eine Bereicherung für die Leute und die konnten auch viel mitnehmen. Fand ich sehr informativ auf jeden Fall. Es ist alles strukturiert, ich konnte viele Eindrücke und Informationen sammeln. Für meinen Weiterbildungsweg auch Möglichkeiten gefunden, wie es am besten passen würde. Auf jeden Fall, ja, da habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht. Wenn ich heimkomme, dann recherchiere ich weiter. Das hat schon geholfen. Also ich bin ziemlich froh, dass ich heute gekommen bin. Das war's. Das war's. Ich bin einfach zu typisch. Das war's. Ich bin ein paar